Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Irgendwas scheint in Roseway vorzugehen. Ich wollte jetzt zweimal schnell reisen, beides Mal ist mir das Spiel abgestürzt. Hier vorne konnte ich allerdings reisen, von daher... Eventuell wird das jetzt von irgendwas überrannt. Sei es jetzt hier diesen Raptidons. Aber, ja, oder wie gesagt, ist wahrscheinlich irgendein... Irgendwelcher Stress darin ausgebrochen. Schauen wir doch mal. Kann ich jetzt hier rein oder stürzt mir das Spiel wieder ab? Mal schauen. Willkommen samt. Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert gerade. Also ich habe das Spiel jetzt nochmal auf Fehler überprüfen lassen. Also verifiziert heißt es ja beim Epic Game Store. Und dann wurden nochmal 20 GB runtergeladen. Und jetzt bin ich zumindest mal ohne Absturz hier reingekommen. Es war halt tatsächlich jedes Mal, wenn ich hier rein... Also auch bei der anderen Station, wenn ich hingehen wollte, gab es einen Absturz. Und tatsächlich auch nach einer Weile, als ich hier rumgelaufen bin. Nachts... Ich glaube noch nicht mal eine Minute. Weil ich halt auch mal testen wollte, ob es vielleicht bringt, wenn wir erstmal aufs Schiff gehen. Und dann irgendwie wieder... Rückkommen oder erstmal auf einen anderen Planeten fliegen. Aber so weit kam ich dann leider nicht. Also wie gesagt, falls es bei euch mal... Also es scheint wohl tatsächlich auch relativ häufig gerade in dieser Region dann vorzukommen, wenn man halt so weit fortgeschritten ist. Einfach verifizieren lassen. Zumindest bei mir hat es jetzt was gebracht. Und es wurden auch nicht die ganzen... Oder ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht, wie viel es damals runtergeladen wurden. Also es waren jetzt glaube ich knapp 20 GB, die runtergeladen wurden. Von daher... Von daher... Jetzt sind glaube ich 3,7... Äh... Oder 37. Das ist mir das Komma ein wenig verrutscht. Oh Mann, jetzt haben wir hier schon 27% Rabatt. Gut, haben wir denn irgendwas, was wir loswerden könnten? Ich glaube schon. Kommen wir auch noch irgendwann dran. Hoffe ich. Kommen wir auf. Äh... Niesst du mal dein Nickerchen? In Ordnung. Ich meine, wir haben jetzt halt... Schau mal, ein paar Geheimnisse da. Allerdings könnten wir die halt theoretisch auch alle abgeben. Hm. Na dann. Hallo. Ich hab dein Experiment gefunden. Ja, ich hab alles. Bitteschön. Ja, ich hab alles. Bitteschön. Das wird mich so populär machen. Ich meine mit den Leuten, die es kaufen. Nicht mit dem, was ich es benutze. Weil ich nicht... Ähm... Hast du nicht was von Gewinnteilen gesagt, wenn ich helfe? Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Okay. Ab 2000... Ah, war nicht mal so verkehrt. In Ordnung. Das wäre dann das. So, dann noch mal zu Enten. Schauen, was das für dich bin. Ich bin jetzt gerade... Zumindest mal in der Folge hier noch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen... ...intensiver mit dem Speichern. Ist mir noch mal abschmiert. Hallo? Ja, könnten jetzt lügen. Und dann hätten wir halt was zum Abgeben. Hm. Ja, komm. Bei denen sind mit den Forschungsunterlagen entkommen. Trotzdem gibt es einen ganzen Haufen XP. Sehr gut. Äh, schätze ich, geht dann mal. Liebe wohl. Dann warst du dann echt sonst nichts mehr... ...sagen vorerst. Sehr gut. Da haben wir aber noch einiges hier abarbeiten können. So, kritische Lösung. Genau, jetzt müssen wir wieder auf die Groundbreaker. Ähm, das mit den Waffen haben wir halt noch nicht. Und neue Kühlkörper. Das war ja auch nicht hier, oder? Äh. Na gut. Drückt mal die Daumen, dass es mit der Schnellreise funktioniert. Wie gesagt, ich bin im Moment gerade guter Hoffnung. Ich täusche mich nicht, Spiel. Sehr gut. Hast du meinen Surfdrums erhalten? Ja, kriegen wir hin. Paletten hinpacken oder so. Also, hast du was zu erzählen eigentlich? Willkommen zurück, Captain. Wie kann ich mit Unterstützung sein? Ich würde gerne mehr über die Kolonie erfahren. Welchen Teil der Kolonie würdest du darüber diskutieren? Das Orbitat-Labor von Phineas. Ah, ja. Als Dr. Wells ist ein gewandtes Auslager, hat er seine Laboration in einem Asteroid gebaut. Orbital-Destinationen können sehr schwierig sein, um ihn zu landen. Er ist mehr so als die meisten. Woran liegt das? Der Auslager-Scientist, wie Dr. Phineas V. Wells, hat eine Begründung von Prekaufungen um das Labor nicht zu retten zu machen, um ihn zu retten zu machen. Was kannst du mir denn mit Phineas sagen? Was kannst du mir denn mit Phineas sagen? Gut, ich möchte nur etwas anderes fragen. Natürlich. Welchen Teil der Kolonie würdest du darüber diskutieren? Ähm, die Groundbreaker. Wir sind klar, dass wir mit dem Groundbreaker mit dem Groundbreaker wenn das dein bestehenden Bestand ist. Wenn wir da gehen, bitte sicher, dass alle Dockungsformen in Triplikat getötet wurden und die Begründungen getötet wurden. Die Mardetts nehmen ihre Docking-Lahe ziemlich ernst. Darum kannst du dich kümmern, oder? Ich kann, ja. Lass mich das zu meiner Liste von 1.435.498 Aufgaben ich gleichzeitig in der Lage habe, um unser Land zu fahren. Oh, und wer nicht pumpig? Das Ordnung wird nicht compute. Aber trotzdem, werde ich in der Lage meine aktuelle und zukünftigen Aufgaben ohne den Lippen. Wie kann ich mit der Unterstützung sein? Ich versuche, dass du mich nicht wachst, wenn ich auf deinem Rückkehr schlauze. Hey, Kapitän. Ich habe eine Sache, das ich dir fragen möchte. Äh, klar, was kann ich für dich tun. Ähm, süß, kann ich helfen? Ich habe ein bisschen hoffen, dass du sie dir wünschst. Aber die Sache ist, ich kann nicht, dass du sie so wie, wie, wie das? Ich meine, schau mal an mich. Ich bin alle in der Lippe und ich habe nicht in Nihon eine Woche gefeiert. Ich rieche wie Schäuze die meisten Tage, und, ähm, ich sehe nicht zu nahe an meine Fingernaile. Ich war mir gedacht, ich hoffe, dass wir bei einem Groundbreaker für Bandsuppe. Bei Groundbreak gibt es eine Menge Geschäfte, woran hast du gedacht? Sieht gut aus, so wie immer. Unterarmen. Oh, danke, Kapitän. Das ist eine heftige Lade aus meiner Meinung. Entschuldigung, nächste Mal, wenn wir in Groundbreaker stecken, lass mich wissen. Denn ich will mit dir kommen. Ich dachte, ich schreibe mal meine Gedanken auf, nur falls ich irgendwann den Verstand verliere. Was zu essen. Hatten wir auch schon. Wir von zwei der besten Spieler der Liga. Loblied auf Brandstiftung. Die geschmuggelte Essay-Sammlung an anonyme Anarchisten ruft zur völligen Zerstörung der Konzerngesellschaft und ihrer Mittel der Unterdrückung auf. Sieht nicht so aus, als wäre sie je aufgeschlagen worden. Der Jägerin der Abtrünnigen. Sonderausgabe. Wird es Agent Kahn gelingen, die hilflose Anticleo aus den Klauen der Wochenender zu befreien? Gewalt ist nicht die Antwort. Gewalt ist die Frage. Die Antwort lautet ja, Felix. Genau. So ist es. So sieht es aus. Gehen wir doch von deiner Suche. Sobald wir können, versprochen. Ich glaube, ihr habt jetzt im Moment nicht so viel zu erzählen. Na gut, dann. Zurück zu Groundbreaker. Nehmen wir mal Pavati und Sam mit. Was die sagen, wenn wir hier mit einer nötlichen Reinigungskraft hier mit. Oder gehen wir mal bei... Ähm... Hm. Ja, wir machen erstmal einen Abstieg, ja. Machen wir mal einen ersten Abstieg bei Phineas. ... und Phineas' Top Secret Orbital Lab. Mal schauen, was da ist. Vielleicht bleiben wir da noch irgendwie ein, zwei Folgen gehen, dann weiter zu Groundbreaker. Ja. So, dann nehmen wir diesmal jetzt halt tatsächlich mal, wie gesagt, mal... ... ähm... ... und nehmen wir euch beide mal mit. ... ähm... Okay, mach mal. Äh, da fällt mir ein, wir hatten hier ja auch noch was. Wir hatten hier ja noch die... Ähm... So, beiß nicht in die Sonne. Äh... Waffen. Guck mal, ob wir an die rankommen. Guck mal, ob wir an die rankommen. Speichere auch sicherheitshalber nochmal ab. Das, äh, wundert mich jetzt nicht, Kollege. Aber draus mir immer noch nicht so weit... ... dass ich direkt mit dir reden kann. Was sind das denn? Meinchen? Bubbles. Oh. Äh... Bubbles 1 wahrscheinlich. Würde ich bestimmt nicht, wenn ich mich hier so ein bisschen bediene, ne? Ich glaub, in meinem Schiff sieht das alles viel besser aus. Es ist mehr als vier Jahrzehnte im Weltraum verbracht, in denen, äh, dich nichts außer der Technologie dieser Kapsel im Leben erhalten hat. Die ähnlichen Kapseln warten deine Mitkolonisten darauf, dass du sie befreist. Verbreiten dich von Hibernation war mein größtes Erfolg. Deine Werte von Survival waren nur 28 Prozent. Ja, was ist denn hier mit dem Schrumpfstrahler? Äh, störe dich das, wenn ich mir den mitnehme? Ähm... Jochs Waffenforschungsabteilung. Wissenschaftswaffen sind eigentlich sichartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Weil der Schaden, als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöht, erhöht sich so mit deiner Wissenschaftsfertigkeit. Okay, das heißt, ich muss dir jetzt auch noch, äh, wenig skillen jetzt demnächst. Hm... Gut. Jochs sind die Ingenieure stellen sicher, dass unsere Kadenz so hoch ist wie unser Quartalsabschluss. Aha! Ich sehe dich von meinem Portable-Molecular-Kompression-Device, besser als Schrinkray. Find ein Target, point, shoot! Dein Target wird schrinkt in eine managbare Größe, wobei du sie zu einem Pulp konzentrieren kannst. Gibt's zu wissen. Wir können auch eine Runde aufsteigen. So, dann werden wir hier jetzt mal wieder aufsteigen. oder weitermachen, wie üblich. Und, ähm... Ich mein, wenn wir jetzt schon mal dabei sind... Drei Reihen, dass wir hier schon mal hüfteln können. Noch, äh... Ein bisschen in Tarnung. Na gut. Sam, äh... Ich glaub, die anderen beiden... Ne, Sam können wir noch aufsteigen lassen. Das möchte ich gerne so annehmen. Dankeschön. Gudex. Nachkampf, Fernkampf. Okay. Zwei Vorteile hast du. Dann... Ähm... Übergrund leben. Einschüchtern. Du verließt weniger Rufdurch... Hm, hm, hm. So. Oh, nicht verkehrt, würde ich sagen. Ähm... Gut, kann nicht entfernt werden. Das wird wahrscheinlich dann auch mitleveln, ja. Mit 13. So. Nein. Nichts Zeug, äh... Auseinandergenommen. Gritzelige Notiz. Erinnerung. Zerflossene Schwein auffischen. Okay. Lauter Zeug. Wird auch mal schnell. So. Ich hab's geschafft. Details folgen später. Ergebnisse, Reproduktion wird schwierig. Ich brauche deine Hilfe. Alle erforderlichen Materialien sollten in Halcyon zu finden sein. An Orten sind mir nicht bekannt. Ich hab meinen neuen Partner an Antara 2 geschickt in die Nähe von Edgewater. Er ist dann meiner Unternehmung beteiligt, aber Vertrauen meinerseits... bei etwa 23,7% im Moment. Er wirkt gerade ein Schiff, sollte bald hier sein. Muss nur wissen, wo ich ihn... äh... ich ihn schicken soll. Gib Bescheid, wenn du das erhalten hast. Will endlich fertig werden. Warte, das ist mein Kommunikations-Terminal. Naja, ich hab nur mal kurz geguckt. Okay, dann, lass uns doch mal ne Runde reden. Oh, dank für Law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little, er, habitation, such as it is. I've got, er, caffeinoids, sisty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. The one I gave you before your pod landed? Ruined, beyond repair. Impossible to find replacement parts. That's Halcyon manufacturing for you. Don't worry about it. I'm reasonably certain, you're not going to spontaneously expire. No need to monitor your recovery. Ähm, da fällt mir etwas ein. Ich möchte dir dafür danken, dass du mich aus der Hoppe ausgeholt hast. Not at all, my intrepid Accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Of course. What's on your mind? Oh, it's not you. I, uh, do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured. But, uh, from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Was für ne Minute für mich? Absolutly. Let's talk. Schon meine Crew getroffen. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Fine looking hideout you got here. Mein Name ist Felix, by the way. Wait, not another word. I don't want to know your name, I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible Deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Eh, ganz ruhig, die gehören zu mir. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew such as they are. I picked you out of the hope for your talents after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Yes indeed, well done. Also you still haven't spontaneously liquefied. Which pleases me immensely. Progress. What's on your mind? Absolutely. Let's talk. Verlässt du jemals dein Labor? Oh, my goodness, no. I wouldn't survive ten seconds in the blackness of the ether. Well, no. I imagine I'd last at least twelve seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Äh, wir können deine Theorie testen, wenn du möchtest. Are you still annoyed at me for launching you into space? That was in the past. I've long since moved on. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The hopes colonists won't revive themselves, you know. Warum bist du so versessen darauf, die Kolonisten der Hope wiederzubeleben? Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony. And we've all been conditioned into total obedience. The hope is full of specialists, scientists, engineers talented individuals, like you. People who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the hopes colonists have been frozen for decades. It's well past your shelf life. So to speak. No offense. Precisely. The chemical I need is dimethyl sulfoxide. Rare potent essential to reviving long frozen bodies. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the hope. Get it? We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. I can feel my last dose of cathanoid fading. In Ordnung. This is the big to make excellent test subjects. Also surprisingly nutritious. Joa, die sehen ja auch relativ lecker aus. Okay. Ich hab noch einen kurzen Abstecher hingekriegt. Hat jetzt nicht so viel zu erzählen, wie ich befürchtet habe. Hm. Kann ich eigentlich irgendwas mitnehmen, aber das sieht nicht so aus. Nee. Also wirklich funktionieren scheint hier nichts. Aber gut. Ich bin nochmal zurück. Dann auf zu Groundbreaker. Geben Gladys mal das Zeug. Poster halten. Huh? Oh. I am alert. And awake. Not to worry. I take our ship's security. Highly seriously. Was haben wir denn noch Schönes? Ah, ja, guck mal. Ähm. Peacemaker, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich den Rest von du weißt schon was an weißt schon wen gegeben habe. Vielleicht wegen der Geheimniskrämerei. Man weiß ja nie, wer hier so alles mitliest. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Kopf und Kragen riskiert, dass du dich in das Versammlungszentrum begeben hast. Ich bin dir wirklich dankbar. Ich würde es aber trotzdem begrüßen, wenn du niemandem etwas davon erzählen würdest. Ich mag meinen Job und ich würde ihn auch gerne behalten. Ähm. Ja, guck mal. Pervati. Das mach ich eigentlich nicht. So gar nicht. Aber gut. Da war diese Maschine im wundervollen Klang. Ein Brumm, ein Zirpen, ein traumhafter Gesang. Nun hustet und brustet sie, denn irgendwas hängt fest. Die restliche Blockade gibt ihr noch den Rest. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Was soll dieses Maschinchen nur tun? Dann kommt diese Frau. Wir sprachen von alten Freunden und da musste ich plötzlich an Isabel denken. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm. Ähm. Wir waren chaotisch. Chaotisch, aber dennoch chaotisch. Die haben also Pen & Paper gespielt. Ähm. Ich bin jetzt ein besserer Mensch, als ich damals war. Ich wollte, dass du das weißt. Wenn ich viel zu viel im alten Familienrezept trinke. Ähm. Ich bin ziemlich toll. Äh. Du bist echt ziemlich toll. Aber Sandgrunde. Autogerecht. Was soll das? Ich hau dich klein. So müde. Ähm. Vielleicht mach ich kurz die Augen zu. Ja. Die Sache mit der Autokorrektur. Das hatte ich tatsächlich auch mal, wo ich dann... Es gab dann ein wenig Verwirrung, weil ich halt außer Seelen geschrieben hatte. Ja, ich hab halt mit so und so geschlafen. Statt mit so und so geschrieben. Der musste ich dann auch erst mal berichtigen. Gut. Wir wären alle da. Ritrara. Ähm. Ja. Auf geht's zur Groundbreaker. Sehr gut. Dann darf Pavati mit. Nehmen wir Pavati und Felix mal. Mal schauen, was das wird. Gut. Haben wir noch einiges zu tun. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ist gut und ciao, ciao. Ciao. Ciao.